weiter ok das ist nicht schlecht so jetzt heißt es die hier upgraden was macht ihr wie viel ihr arbeitet auf alle Fälle gleich mal länger hier gibt es nie Ausnahmen was nehmen wir als nächstes Dampfstahlwerk auf alle Fälle wir brauchen mehr Stahl wie viel Holz haben wir hier noch zwei Tage wird es wohl noch reichen dann ziehen die um mal ein bisschen Holz in die Hand nehmen für den Weg und wir werden jetzt mal zwei Rufstoffe die Brust bauen die Sitzung wir brauchen das da endlich dann dann zurück würde ich sagen ja ok Cola und Cola wir haben mit dem und jetzt das ist doch schon mal aus und das daraus das ist mir sowas von egal erstmal verstötet weg erstmal egal das kann man denn ich sag mal irgendwo so ab 35 denke ich mal können wir das machen dann steigt die unzufriedenheit eben wir brauchen Stahl ab die nächsten gesetz wird das eh besser so du bist da du bist dann auch so eine runde und haust dann ab und arbeitest du auch länger so ZOOM Die Fabrik Kommt erstmal ein Prothesen Später Wir brauchen erstmal mehr essen Dringend So Halten wir gegen Effizient auch sammeln Sehr gut Dann nehmen wir mal Speise aus Wärmedämmung Steigt unzufriedenheit leicht Also die Definition von leicht müssen wir noch Üben Spiel So Fliegen die Jäger weiter aufrüsten Dann kehren wir her Jawohl Zwei sogar Du gehst dahin und dann kommst du gleich zurück Damit upgraden wir die beide Und dann haben wir erstmal Kohleprobleme aus der Welt geschafft Gesetzbücher Zweck Das Ding hier Das erfüllt die Produktivität Das ist Super Das ist einfach GG Okay Zwei Das Stahlwerk jetzt schon einbekommen? So Das ist sehr wichtig Ach der Baum hat gleich noch ein mehr Und eigentlich Können wir gleich noch viel mehr bauen Und das kann auch weg Dann Technologie Dampfzentrum Weit nach vorne Und Ordnung Das Ding So Alle Rohstoffe weg Sehr gut Und To Herz Zieg 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 So, alle neu verteilt. Nahrung haben wir dann auch gleich. Ja, so langsam wird's doch. Dampfkerne, nochmal zwei, sehr gut. So, du kommst erstmal zurück. Gehst dann auch noch vielleicht zum schmalen Tal, wenn's geht. Und dann mal gucken. Weiter geht's. Da steigt lieber die Unzufriedenheit weiter fröhlich vor sich hin. So. Jetzt haben wir ja endlich mal genügend Stahl. Wir brauchen 10. Okay. Ausgerforscht. Hm, da fehlt uns Holz. Guck, Lumin. Wir kriegen ja bald Dampfkerne. So. Und morgen müssen wir nochmal in Generatorleistung hochgehen. Ja, die Hoffnung sinkt. Ja, die Hoffnung sinkt. Das ist so. Normalzustand, naja, was man so nennen kann. Es ist jetzt auch zu kalt, hier geht es, hier geht es nicht, hier brauchen wir noch ein bisschen Technologie, hier geht es auch ohne, hier doch auch, oder, ja, schön fleißig weiter herstellen, zwei Obdachlose, hm, ich weiß zwar nicht warum, aber wenn es so sein soll, bauen wir mal, ich genügend Holz, bauen wir mal mehr, wollte ich so, na gut, eins muss reichen. Hm, das wollte ich gerade nicht, weil da gerade keiner drin ist. Mehr Holz hört sich doch gut an. Oh, so langsam kriegen wir wieder Leute dazu, das ist gut. Kann sein, dass das alles Kinder erst sind. Hm, das sind Kinder, die jetzt zuerst geheilt wurden. Das einzige, was ich gerade nicht hier brauchen kann. Gut. So, gehen wir mal wieder zurück auf kühl, um ein bisschen zu sparen. Beine. Tschüss und Zufriedenheit, hallo Hoffnung. Kein Überleben, das wollte ich jetzt aber nicht hören. Steintor und dann Abmarsch zurück. Okay. So. Du darfst. Hm, es ist gerade wieder kälter geworden, oder? Ja, ja. Ähm. Mehr Kram und hoch mit der Tech-Stufe. Ah, da kommt schon wieder der Sturm. Sturm Can. Kohle kriegen wir nochmal ein bisschen rein hier. 400. Stahl ist voll, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Rohstoffe. So, das hat sich geklärt. Nausmittel. Falls wir jemals mal mehr Leute bekommen. Gesetze. Hoffnung. Gefängnis. Brauche ich denn hier drüben noch was? Ähm. Nö. Ja. Immer Ruf auf die Unzufriedenheit. Hehehehe. Hehehehe. Macht das was? Hallo Wachen. Wir sollten trotzdem vielleicht etwas vom Heitschengaspedal runtergetreten. noch ein bisschen. Uiuiuiui. Gut, wir haben Nahrungsmittel auf Reserve. Einmal können sie noch holen, denn wenn sie abgezogen hierhin mehr Kohlerrand schaffen. Dann können sie sechsmal rein. Krim Swiss 16 elders. Das ist nicht nur, ich mache natürlich frei zu zusammen. Move hin und mache nicht lite designed. Von geschahgift. Um alles gut machen wollen. Was aber geb flooded das ist. Ja. Zu essen. Seit. Auf gehtum. Itachträgarm auditive. Denk dicts unter.